Surah 7, Al-A'raf, die Höhen, offenbart zu Mekka, 206 Ayat. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, Elif, Läm, Mim, Sard. Dies ist ein zu dir herabgesandtes Buch. Du sollst seinetwegen nicht bedrückt sein, und du sollst damit warnen, und es soll eine Ermahnung für die Gläubigen sein. Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt wurde, und folgt keinen anderen Beschützern außer ihm. Wie wenig seid ihr dessen Eingedenk? Und wie viele Städte haben wir zerstört? Unsere Strafe kam über sie bei Nacht oder während sie sich am Mittag ausruhten. Ihr Ausruf war nichts anderes, als unsere Strafe über sie kam, als dass sie sagten, wir waren wahrlich Frevler. Wahrlich, wir werden jene fragen, zu denen die Gesandten geschickt wurden, und wir werden die Gesandten fragen. Dann werden wir ihnen mit Wissen berichten, was geschehen ist. Denn wir waren ja niemals abwesend, und das Wägen an jenem Tage wird wahrhaftig sein. Diejenigen, deren Waagschale dann schwer ist, werden erfolgreich sein. Diejenigen, deren Waagschale aber leicht ist, sind jene, die ihrer selbst verlustig gegangen, weil sie sich gegen unsere Zeichen vergingen. Wahrlich, wir haben euch auf der Erde Macht verliehen und euch darin die Mittel zum Unterhalt bereitet. Wie wenig seid ihr dankbar! Und wir hatten euch erschaffen, dann gaben wir euch die Gestalt. Dann sprachen wir zu den Engeln, Werft euch vor Adam nieder. Und sie alle warfen sich nieder. Nur Iblis nicht, er gehörte nicht zu denen, die sich niederwarfen. Er sprach, Was hindert dich daran, dich niederzuwerfen, nachdem ich es dir befohlen habe? Er sagte, Ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber erschufst du aus Lehm. Er sprach, Hinab mit dir von hier! Es ziemt sich nicht für dich, hier hochmütig zu sein. Hinaus denn, du bist wahrlich einer der Erniedrigten. Er sagte, Gewähre mir Aufschub, bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er sprach, Dir sei Aufschub gewährt. Er sagte, Darum, dass du mich hast abirren lassen, will ich ihnen gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Dann will ich über sie von vorne und von hinten kommen, von rechts und von links, und du wirst die Mehrzahl von ihnen nicht dankbar finden. Er sprach, Hinweg mit dir! Sei verachtet und verstoßen! Wahrlich, wer von ihnen dir folgt, ich werde mit euch allesamt Jahannam, die Hölle füllen. O Adam, weile du mit deiner Gattin in dem Garten und esst, wovon immer ihr wollt. Nur nährt euch nicht diesem Baum, sonst werdet ihr Ungerechte sein. Doch Satan flüsterte ihnen Böses ein, um ihnen das kundzutun, was ihnen von ihrer Scham verborgen war. Er sagte, Euer Herr hat euch diesen Baum nur deshalb verboten, damit ihr nicht Engel oder Ewiglebende werdet. Und er schwor ihnen, Gewiss, ich bin euch ein aufrichtiger Ratgeber. So verführte er sie durch Trug. Und als sie von dem Baum kosteten, wurde ihnen ihre Scham offenbar und sie begannen sich, mit den Blättern des Gartens zu bekleiden. Und ihr Herr rief sie, habe ich euch nicht diesen Baum verwehrt und euch gesagt, wahrlich, Satan ist euer offenkundiger Feind? Sie sagten, Unser Herr, wir haben gegen uns selbst gesündigt. Und wenn du uns nicht verzeihst und dich unser erbarmst, dann werden wir gewiss unter den Verlierern sein. Er sprach, Hinab mit euch, die einen von euch seien der andere Feinde. Und es sei euch auf der Erde nur ein Aufenthaltsort und eine Versorgung auf Zeit bestimmt. Er sprach, Auf ihr sollt ihr leben und auf ihr sollt ihr sterben. Und aus ihr werdet ihr wieder hervorgebracht. O Kinder Adams, wir gaben euch Kleidung, um eure Scham zu bedecken und zum Schmuck. Doch das Kleid der Frömmigkeit, das ist das Beste. Dies ist eins der Zeichen Allahs, auf das sie dessen Eingedenk sein mögen. O Kinder Adams, lasst Satan euch nicht verführen, so wie er eure Eltern aus dem Garten vertrieb und ihnen ihre Kleidung entriss, um ihnen ihre Scham zu zeigen. Wahrlich, er sieht euch, er und seine Schar, von wo ihr sie nicht seht. Denn seht, wir haben die Satane zu Freunden derer gemacht, die nicht glauben. Und wenn sie eine Schandtat begehen, sagen sie, wir fanden unsere Väter dabei und Allah hat sie uns befohlen. Sprich, wahrlich, Allah befiehlt keine Schandtaten. Wollt ihr denn von Allah reden, was ihr nicht wisst? Sprich, mein Herr hat Gerechtigkeit befohlen. Und ihr sollt euer Antlitz bei jeder Gebetsstätte zu ihm richten. Und ihr sollt ihn in lauterem Gehorsam anrufen. Wie er euch ins Dasein gebracht hat, so werdet ihr zu ihm zurückkehren. Eine Schar hat er rechtgeleitet, einer anderen aber wurde nach Gebühr Irrtum zuteil, da sie sich die Satane zu Beschützern außer Allah genommen hatten. Und sie meinen, sie seien rechtgeleitet. O Kinder Adams, habt eine gepflegte Erscheinung an jeder Gebetsstätte und esst und trinkt, doch überschreitet dabei das Maß nicht. Wahrlich, er liebt nicht diejenigen, die nicht Maß halten. Sprich, wer hat die schönen Dinge Allahs verboten, die er für seine Diener hervorgebracht hat, und die guten Dinge der Versorgung. Sprich, sie sind für die Gläubigen in diesem Leben und ausschließlich für sie am Tage der Auferstehung. So machen wir die Zeichen klar für Leute, die Wissen haben. Sprich, Mein Herr hat nur Schändlichkeiten verboten, seien sie offenkundig oder verborgen, dazu Sünde und ungerechte Gewalttat. Und er hat verboten, dass ihr Allah das zur Seite setzt, wozu er keine Befugnis herabsandte. Und er hat verboten, dass ihr etwas von Allah aussagt, was ihr nicht wisst. Jedem Volk ist eine Frist gesetzt und wenn ihre Zeit gekommen ist, dann können sie sie auch nicht um eine Stunde hinausschieben, noch können sie sie vorverlegen. O Kinder Adams, wenn zu euch aus eurer Mitte Gesandte kommen, die euch meine Zeichen verkünden, über diejenigen, die dann gottesfürchtig sind und gute Werke tun, soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen und sich hochmütig von ihnen abwenden, sollen die Bewohner des Feuers sein. Darin werden sie auf ewig verweilen. Wer ist wohl frevelhafter als der, der eine Lüge gegen Allah erdichtet oder seine Zeichen der Lüge bezichtigt? Diesen soll das bestimmte Los zuteil werden, bis unsere Boten, unsere Engel, zu ihnen kommen, um ihnen den Tod zu bringen. Sie werden sprechen, wo ist nun das, was ihr statt Allah anzurufen pflegtet? Jene werden antworten, wir können sie nicht finden und sie werden gegen sich selbst Zeugnis ablegen, dass sie Ungläubige waren. Er wird sprechen, tretet ein in das Feuer zu den Scharen der Djinn und der Menschen, die vor euch dahin gingen. So oft eine Schar eintritt, wird sie ihre Schwester Schar verfluchen, bis endlich, wenn sie alle nacheinander darin angekommen sind, die Letzten zu den Ersten sagen werden, unser Herr, diese da haben uns irre geführt, so gib ihnen die Pein des Feuers mehrfach. Er wird sprechen, jeder hat sie mehrfach, allein ihr wisst es nicht. Und die Ersten werden zu den Letzten sagen, so hattet ihr denn keinen Vorteil vor uns, kostet also die Strafe für das, was ihr begangen habt. Wahrlich, denjenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich mit Hochmut von ihnen abwenden, werden die Pforten des Himmels nicht geöffnet werden. Noch werden sie in den Paradiesgarten eingehen, ehe denn ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und so belohnen wir die Verbrecher. Sie sollen Jahannam zum Lager und als Decke über sich haben. Und so belohnen wir die Ungerechten. Diejenigen aber, die Glauben und gute Werke tun. Wir belasten keine Seele über ihr Vermögen hinaus. Sie sind die Bewohner des Paradieses. Darin sollen sie auf ewig verweilen. Und wir wollen alles hinwegnehmen, was an Gräuel in ihren Herzen sein mag. Unter ihnen sollen Bäche fließen. Und sie werden sagen, alles Lob gebührt Allah, der uns zu diesem Paradies rechtgeleitet hat. Wir hätten den Weg nicht zu finden vermocht, wenn Allah uns nicht rechtgeleitet hätte. Die Gesandten unseres Herden haben in der Tat die Wahrheit gebracht. Und es soll ihnen zugerufen werden, das ist das Paradies, das euch zum Erbe gegeben wird, für das, was ihr getan habt. Und die Bewohner des Paradieses rufen den Bewohnern der Hölle zu. Seht, wir haben als Wahrheit vorgefunden, was unser Herr uns verhieß. Habt ihr auch als Wahrheit vorgefunden, was euer Herr euch verhieß? Jene sagen, ja. Dann kündigt ein Ausrufer unter ihnen an, der Fluch Allahs sei über den Missetätern, die von Allahs Weg abhalten und ihn zu krümmen suchen und nicht an das Jenseits glauben. Und zwischen den Zweien soll eine Scheidewand sein. Und in den Höhlen sind Leute, die die beiden Scharen an ihren Merkmalen erkennen. Sie rufen der Schar des Paradieses zu, Friede sei auf euch. Diese sind noch nicht in das Paradies eingegangen, obwohl sie es erhoffen. Und wenn ihre Blicke sich in Richtung der Bewohner des Feuers wenden, sagen sie, unser Herr, mache uns nicht zum Volk der Frevler. Und die Leute in den Höhen rufen den Leuten, die sie an ihren Merkmalen erkennen, zu und sagen, nichts hat euch das gefruchtet, was ihr zusammengebracht habt. Und auch euer Hochmut hat euch nichts gefruchtet. Sind das jene, von denen ihr einst geschworen habt, Allah würde ihnen keine Barmherzigkeit erweisen? Geht ein in das Paradies. Keine Furcht soll über euch kommen. Noch sollt ihr traurig sein. Und die Bewohner des Feuers rufen den Bewohnern des Paradieses zu, gießt etwas Wasser über uns aus oder etwas von dem, was Allah euch gegeben hat. Sie sagen, wahrlich, Allah hat beides den Ungläubigen verwehrt, die ihre Religion als Zerstreuung betrachten und ihr Spiel mit ihr trieben und vom irdischen Leben betört waren. An diesem Tage nun vergessen wir sie, wie sie die Begegnung an diesen ihren Tage vergaßen und wie sie unsere Zeichen zu leugnen pflegten. Und wahrlich, wir hatten ihnen ein Buch gebracht, das wir mit Wissen darlegten, als Richtschnur und Barmherzigkeit für die Leute, die gläubig sind. Warten sie auf etwas anderes als auf seine Auslegung? An dem Tage, da seine Auslegung Wirklichkeit wird, werden jene sagen, die es vordem vergessen hatten, die Gesandten unseres Herrn haben in der Tat die Wahrheit gebracht. Haben wir wohl Fürsprecher, die für uns Fürsprache einlegen? Oder könnten wir zurückgeschickt werden, auf das wir anderes tun mögen, als wir zu tun pflegten? Sie haben ihre Seelen zugrunde gerichtet und das, was sie zu Erdichten gewohnt waren, hat sie im Stich gelassen. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag verhüllen, der ihr eilends folgt. Und er erschuf die Sonne und den Mond und die Sterne, seinem Befehl dienstbar. Wahrlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah, der Herr der Welten. Ruft euren Herrn in Demut und im Verborgenen an. Wahrlich, er liebt die Übertreter nicht. Und stiftet keinen Verderb auf Erden, nachdem dort Ordnung herrscht, und ruft ihnen Furcht und Hoffnung an. Wahrlich, Allas Barmherzigkeit ist denen nahe, die gute Werke tun. Er ist es, der in seiner Barmherzigkeit die Winde als frohe Botschaft schickt. Bis dass wir sie, wenn sie eine schwere Wolke tragen, zu einem toten Ort treiben, dann lassen wir Wasser aus ihr herab, mit dem wir Früchte von jeglicher Art hervorbringen. So bringen wir auch die Toten hervor, auf das ihr dessen Eingedenk sein möget. Und der gute Ort, seine Pflanzen sprießen nach der Erlaubnis seines Herrn hervor. Der Ort, der aber schlecht ist, seine Pflanzen sprießen nur kümmerlich. Und so wenden wir die Zeichen für Leute, die dankbar sind. Wir entsandten Noah zu seinem Volk, und er sagte, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Wahrlich, ich fürchte für euch die Strafe eines großen Tages. Es sagten die Vornehmen seines Volkes, Wahrlich, wir sehen dich in einem offenkundigen Irrtum. Er sagte, O meine Leute, es ist kein Irrtum in mir, sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Welten. Ich überbringe euch die Botschaft meines Herrn und gebe euch aufrichtigen Rat und ich weiß durch Allah, was ihr nicht wisst. Wundert ihr euch, dass eine Ermahnung von eurem Herrn durch einen Mann aus eurer Mitte zu euch gekommen ist, auf das er euch warne und auf das ihr Allah fürchten möget und vielleicht Erbarmen findet? Doch sie bezichtigten ihn der Lüge. Dann erretteten wir ihn und die, die mit ihm im Schiff waren und ließen jene ertrinken, die unsere Zeichen verwarfen. Sie waren wahrlich eine blinde Schar. Und zu den Art entsandten wir ihren Bruder Hut. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Die Ungläubigen Vornehmen seines Volkes sagten, Wahrlich, wir sehen dich in Torheit und wahrlich, wir erachten dich für einen Lügner. Er sagte, O mein Volk, es ist keine Torheit in mir, sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Welten. Ich überbringe euch die Botschaft meines Herrn und ich bin euch ein aufrichtiger und getreuer Ratgeber. Wundert ihr euch etwa, dass eine Ermahnung von eurem Herrn durch einen Mann aus eurer Mitte zu euch gekommen ist, auf das er euch warne? Und gedenkt der Zeit, da er euch zu Erben der Leute Noas einsetzte und euch ein Übermaß an Körperwuchs verlieh. Gedenkt denn der Gnaden Allahs, auf das ihr erfolgreich sein möget. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, damit wir Allah allein verehren und das verlassen sollen, was unsere Väter anbeteten? Bring uns denn her, was du uns an Drohung versprichst, wenn du wahrhaftig bist. Er sagte, wahrlich, fällig geworden sind nunmehr für euch Strafe und Zorn von eurem Herrn. Wollt ihr mit mir über die Namen streiten, die ihr nanntet, ihr und eure Väter, wozu Allah keine Befugnis hinabsandte? Wartet denn, ich bin mit euch unter den Wartenden. So dann erretteten wir ihn und diejenigen, die bei ihm waren, durch unsere Barmherzigkeit, und wir schnitten den letzten Zweig derer ab, die unsere Zeichen leugneten und nicht gläubig waren. Und zu den Tamud entsandten wir ihren Bruder Salih. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein deutlicher Beweis von eurem Herrn gekommen. Diese Kamels stute Allahs als Zeichen für euch. So lasst sie auf Allahs Erde weiden und tut ihr nichts zu leide, denn sonst würde euch eine schmerzliche Strafe treffen. Und gedenkt der Zeit, da er euch zu den Erben der Art einsetzte und euch eine Stätte im Lande anwies. Ihr erbaut Paläste in seinen Ebenen und grabt Wohnungen in die Berge. Seid also der Gnaden Allahs Eingedenk und treibt im Lande nicht euer Unwesen, indem ihr Unheil anrichtet. Die Vornehmen seines Volkes, die hochmütig waren, sagten zu denen, die unterdrückt wurden, das waren die Gläubigen unter ihnen, seid ihr sicher, dass Sully von seinem Herrn gesandt worden ist? Sie sagten, wahrlich, wir glauben an das, womit er gesandt worden ist. Da sagten die Hochmütigen, wahrlich, wir verleugnen das, an das ihr glaubt. Dann schnitten sie der Kamelstute die Sehnen durch und trotzten dem Befehl ihres Herrn und sagten, O Sully, bring uns das her, was du uns an Drohung versprichst, wenn du einer der Gesandten bist. Da erfasste sie das Beben und am Morgen lagen sie in ihren Wohnungen auf dem Boden hingestreckt. Da wandte er sich von ihnen ab und sagte, O mein Volk, ich überbrachte euch die Botschaft meines Herden und bot euch aufrichtigen Rat an, ihr aber liebt die Ratgeber nicht. Und wir entsandten Lot, da er zu seinem Volk sagte, wollt ihr eines Schandtat begehen, wie sie keiner in der Welt vor euch je begangen hat? Ihr gebt euch in eurer Sinneslust wahrhaftig mit Männern statt mit Frauen ab. Nein, ihr seid ein ausschweifendes Volk. Da war die Antwort seines Volkes keine andere als die, treibt sie aus eurer Stadt hinaus, denn sie sind Leute, die sich reinsprechen wollen. So dann erretteten wir ihn und die seinen mit Ausnahme seiner Frau, denn sie gehörte zu denen, die zurückblieben. Und wir ließen einen gewaltigen Regen auf sie niedergehen. Nun siehe, wie das Ende der Verbrecher war. Und zu den Madian entsandten wir ihren Bruder Schweib. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Ein deutliches Zeichen ist nunmehr von eurem Herrn zu euch gekommen. Darum gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen ihre Dinge nicht und stiftet nicht nach ihrer Ordnung unheil 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 erden das ist besser für euch wenn ihr gläubig seid und lauert nicht auf jedem Weg indem ihr jene bedroht und von Allahs Weg abtrünnig zu machen trachtet die an ihn glauben und indem ihr ihn den Weg zu krümmen sucht und denkt daran wie wenige ihr wart und wie er euch mehrte und schaut wie das Ende derer war die unheil stifteten und wenn unter euch solche sind die an das glauben womit ich gesandt worden bin und andere die nicht daran glauben so habt Geduld bis Allah zwischen uns richtet denn er ist der beste Richter da sagten die Vornehmen seines Volkes die hochmütig waren oh schweib wir wollen dich und mit dir die Gläubigen aus unserer Stadt hinaustreiben wenn ihr nicht zu unserer Religion zurückkehrt er sagte auch wenn wir dazu nicht willens sind wir würden ja eine Lüge gegen Allah erdichten wenn wir zu eurer Religion zurückkehrten nachdem Allah uns daraus gerettet hat es zieht sich für uns nicht dazu zurück zu kehren es sei denn dass Allah unser Herr es will unser Herr umfasst alle Dinge mit Wissen auf Allah vertrauen wir oh unser Herr entscheide denn du zwischen uns und unseren Leuten nach der Wahrheit denn du bist es der am besten entscheidet und die Vornehmen seines Volkes die ungläubig waren sagten wenn ihr schweib folgt seid ihr wahrlich verloren dann erfasste sie das Beben und am Morgen lagen sie in ihren Wohnungen auf dem Boden hingestreckt diejenigen die schweib der lüge beschuldigt hatten wurden so zugerichtet als hätten sie nie darin gewohnt diejenigen die schweib der lüge beschuldigt hatten waren selbst die verlierer dann wandte er sich von ihnen ab und sagte o mein Volk wahrlich ich überbrachte euch die Botschaft meines Herrn und gab euch aufrichtigen Rat wie sollte ich mich nun über ungläubige Leute betrüben nie sandten wir einen Propheten in eine Stadt ohne dass wir ihre Bewohner mit Not und Drangseil heimsuchten auf das sie mich demütig anflehen sollten darauf tauschten wir das Übel gegen etwas Gutes ein bis sie anwuchsen und sagten auch unsere Väter erfuhren Leid und Freude dann erfassten wir sie unversehens ohne dass sie es merkten hätten aber die Bewohner jener Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen so hätten wir ihnen ganz gewiss die Segnungen von Himmel und Erde eröffnet doch doch sie leugneten also erfassten wir sie um dessen willen was sie begangen hatten sind denn die Bewohner der Städte sicher dass unsere Strafe nicht zur Nachtzeit über sie kommt während sie noch schlafen oder sind die Bewohner der Städte sicher dass unsere Strafe nicht vormittags über sie kommt während sie beim Spiel sind sind sie denn sicher vor dem Plan Allahs aber niemand kann sich vor dem Plan Allahs sicher fühlen außer dem Volk der Verlierenden leuchtet das jenen nicht ein die die Erde von ihren früheren Bewohnern ererbt haben dass wir wenn wir wollen sie für ihre Sünden treffen können und ihre Herzen versiegeln sodass sie nicht hören können dies sind die Städte deren Geschichte wir dir erzählt haben wahrlich ihre Gesandten waren zu ihnen mit deutlichen Beweisen gekommen aber sie mochten nicht an das glauben was sie zuvor geleugnet hatten so versiegelt Allah die Herzen der Ungläubigen und bei den meisten von ihnen fanden wir keine Vertragstreue sondern wir fanden die meisten von ihnen als Frevler vor hierauf nach ihnen entsandten wir Moses mit unseren Zeichen zu Pharaon und seinen Vornehmen doch sie frevelten an ihnen nun schau wie das Ende derer war die Unheil stifteten und Moses sagte O Pharao ich bin ein Gesandter vom Herrn der Welten es ziemt sich dass ich von Allah nichts anderes als die Wahrheit rede ich bin zu euch mit einem deutlichen Beweis von eurem Zauberer aus die Vornehmen von Pharaos Volk sagten wahrlich das ist ein wissensreicher Zauberer er will euch aus eurem Land vertreiben was veranlasst ihr nun sie sagten warte mit ihm und seinen Bruder noch eine Weile und sende Ausrufer zu einer Versammlung in die Städte aus auf dass sie jeden kundigen Zauberer zu dir bringen sollen und die Zauberer kamen zu Pharao und sagten uns wird doch gewiss eine Belohnung zuteil wenn wir siegen er sagte ja und ihr sollt zu den nächsten von uns gehören sie sagten o Moses entweder wirfst du den Stock oder wir werfen zuerst er sagte ihr sollt werfen und als sie geworfen hatten bezauberten sie die Augen der Leute und versetzten sie in Furcht und brachten einen gewaltigen Zauber hervor und wir offenbarten Moses wirf deinen Stock und siehe er verschlang alles was sie an Trug vorgebracht hatten so wurde die Wahrheit vollzogen und ihre Werke erwiesen sich als nichtig dort wurden sie damals besiegt und beschämt kehrten sie um und die Zauberer trieb es in Anbetung niederzufallen sie sagten wir glauben an den Herrn der Welten den Herrn von Moses und Aaron da sagte Pharao ihr habt an ihn geglaubt ehe ich es euch erlaubte gewiss das ist eine list die ihr in der Stadt ersonnen habt um ihre Bewohner daraus zu vertreiben doch ihr sollt es bald erfahren wahrlich ich 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 wechselweise eure Hände und Füße abhauen dann werde ich euch alle kreuzigen sie sagten dann kehren wir zu unserem Herrn zurück du nimmst nur darum Rache an uns weil wir an die Zeichen unseres Herrn glaubten als sie zu uns kamen unser Herr gib uns reichlich Geduld und lass uns als gottergebene sterben die vornehmen von Pharaos Volk sagten willst du zulassen dass Moses und sein Volk Unheil im Lande stiften und dich und deine Götter verlassen er Pharao sagte wir wollen ihre Söhne umbringen und ihre Frauen am Leben lassen denn wir haben Gewalt über sie da sagte Moses zu seinem Volk fleht Allah um Hilfe an und seid geduldig wahrlich die Erde ist Allahs er vererbt sie unter seinen Dienern wem er will und der Ausgang aller Dinge ist für die Gottes fürchtigen sie sagten wir litten ehe du zu uns kamst und nachdem du zu uns gekommen bist er sagte euer Herr möge bald eure Feinde zugrunde gehen lassen und euch die Folgeherrschaft im Lande geben und er wird sehen was ihr dann tut und wir bestraften Pharaos Volk mit Dürre und Mangel an Früchten auf das sie sich ermahnen ließen doch als dann Gutes zu ihnen kam sagten sie das gebührt uns und wenn sie ein Übel traf so schrieben sie das Unheil Moses und den seinigen zu nun liegt doch gewiss ihr Unheil bei Allah allein jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht und sie sagten was du uns auch immer für ein Zeichen bringen magst um uns damit zu bezaubern wir werden dir doch nicht glauben da sandten wir die Flut über sie die Heuschrecken die Läuse die Frösche und das Blut deutliche Zeichen doch sie betrugen sich hochmütig und wurden ein sündiges Volk wann immer aber das Strafgericht über sie kam sagten sie O Moses bete für uns zu deinem Herrn und berufe dich auf das was er dir verhieß wenn du die Strafe von uns weg nehmen lässt so werden wir dir ganz gewiss glauben und die Kinder Israels ganz gewiss mit dir ziehen lassen doch als wir ihnen die Strafe wegnahmen für eine Frist die sie vollenden sollten sie da brachen sie ihr Wort darauf bestraften wir sie und ließen sie im Meer ertrinken weil sie unsere Zeichen für Lüge erklärten und nicht auf sie achteten und wir gaben dem Volk das als schwach galt die östlichen Teile des Landes zum Erbe und dazu die westlichen Teile die wir gesegnet hatten und das gnadenvolle Wort deines Herrn wurde damit an den Kindern Israels erfüllt weil sie geduldig waren und wir zerstörten alles was Pharao und sein Volk geschaffen und was sie an hohen Bauten erbaut hatten und wir brachten die Kinder Israels durch das Meer und sie kamen zu einem Volk das seinen Götzen ergeben war sie sagten oh Moses mache uns so einen Gott wie diese hier Götter haben er sagte ihr seid ein unbelehrbares Volk diesen geht wahrlich das zugrunde was sie betreiben und eitel wird all das sein was sie tun er sagte soll ich für euch einen anderen Gott fordern als Allah obwohl er euch vor allen Völkern ausgezeichnet hat und gedenkt derzeit da wir euch vor den Leuten Pharaos erretteten die euch mit bitterer Pein bedrückten eure Söhne hinmordeten und eure Frauen am Leben ließen und hierin lag für euch eine schwere Prüfung von eurem Herrn und wir verabredeten uns mit Moses für dreißig Nächte und ergänzten sie mit zehn so war die festgesetzte Zeit seines Herrn vollendet vierzig Nächte und Moses sagte zu seinem Bruder Aaron vertritt mich bei meinem Volk und führe es richtig und folge nicht dem Weg derer die Unheil stiften und als Moses zu unserem Termin gekommen war und sein Herr zu ihm gesprochen hatte sagte er mein Herr zeige dich mir auf das ich dich schauen mag er sprach du wirst mich nicht sehen doch blicke auf den Berg wenn er unverrückt an seinem Ort bleibt dann wirst du mich sehen als nun sein Herr dem Berg erschien da ließ er ihn zu Schutz zerfallen und Moses stürzte ohnmächtig nieder und als er zu sich kam sagte er gepriesen bist du ich bekehre mich zu dir und ich bin der erste der Gläubigen er sprach o Moses ich habe dich vor den Menschen durch meine Botschaft und durch mein Wort zu dir auserwählt so nimm denn was ich dir gegeben habe und sei einer der dankbaren und und schrieben ihm auf den Tafeln allerlei auf zur Ermahnung und Erklärung von allen Dingen so halte sie fest und befiehl deinem Volk das beste davon zu befolgen bald werde ich euch die Städte der Frevler sehen lassen abwenden aber will ich von meinen Zeichen diejenigen die sich im Lande hochmütig gegen alles Recht gebärden und wenn sie auch alle Zeichen nicht daran glauben und wenn sie den Weg der Rechtschaffenheit sehen so wollen sie ihn nicht als Weg annehmen sehen sie aber den Weg des Irrtums so nehmen sie ihn als Weg an dies ist so weil sie unsere Zeichen für Lüge erklärten und sie nicht achteten diejenigen die unsere Zeichen und ihre Begegnung im Jenseits leugnen deren Werke sind hinfällig können sie für etwas anderes als das was sie getan haben belohnt werden und die Leute Moses nahmen sich nachdem er weggegangen war aus ihren Schmucksachen ein ein leibhaftiges kalb das mute sahen sie denn nicht dass es nicht zu ihnen sprechen und sie nicht auf den rechten Weg führen konnte sie nahmen es sich und sie wurden frevler als sie dann von Reue erfasst wurden und einsahen dass sie wirklich irre gegangen waren da sagten sie wenn sich unser Herr nicht unser erbarmt und uns verzeiht so werden wir ganz gewiss unter den verlierenden sein und als Moses zu seinen Leuten zurückkehrte zornig und voller Gram da sagte er es ist schlimm was ihr in meiner Abwesenheit an meiner Stelle verübt habt wollt ihr den Befehl eures Herrn beschleunigen und er warf die Tafeln hin und packte seinen Bruder beim Kopfe und zerrte ihn zu sich er Aaron sagte Sohn meiner Mutter siehe das Volk hielt mich für schwach und fast hätten sie mich getötet darum lasst die Feinde nicht über mich froh locken und weise mich nicht dem Volk der Ungerechten zu er Moses sagte mein Herr vergib mir und meinem Bruder und gewähre uns Zutritt zu deiner Barmherzigkeit denn du bist der barmherzigste aller barmherzigen wahrlich diejenigen die sich nun das Kalb nahmen wird der Zorn ihres Herrn sowie Schmach im diesseitigen Leben treffen und so belohnen wir diejenigen die Lügen erdichten diejenigen aber die böses taten und es dann bereuten und glaubten wahrlich dein Herr ist hernach allverzeihend barmherzig und als der Zorn von Moses abließ nahm er die Tafeln und in ihrer Niederschrift waren Rechtleitung und Barmherzigkeit für jene die ihren Herrn fürchten und Moses erwählte aus seinem Volk siebzig Männer für unsere Verabredung doch als das Beben sie ereilte sagte er mein Herr hättest du es gewollt hättest du sie zuvor vernichten können und mich ebenfalls willst du uns denn vernichten um dessen willen was die Toren unter uns getan haben dies ist nur eine Prüfung von dir damit führst du irre wen du willst und weißt den Weg wem du willst du bist unser Beschützer so vergib uns denn und erbarme dich unser denn du bist der Beste der Vergebenden und bestimme für uns Gutes sowohl im Diesseits als auch im Jenseits denn zu dir sind wir reuevoll zurückgekehrt er sprach ich treffe mit meiner Strafe wen ich will doch meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge so werde ich sie bestimmen für jene die mich fürchten und dieser Kehrt entrichten und für jene die an unsere Zeichen glauben dies sind jene die dem Gesandten dem Propheten folgen der des Lesens und Schreibens unkundig ist dort in der Tora und im Evangelium werden sie über ihn geschrieben finden er gebietet ihnen das Gute und verbietet ihnen das Böse und er erlaubt ihnen die guten Dinge und verwehrt ihnen die schlechten und er nimmt ihnen ihre Last hinweg und die Fesseln die auf ihnen lagen die jenigen also die an ihn glauben und ihn stärken und ihm helfen und dem Licht folgen das mit ihm herabgesandt wurde die sollen erfolgreich sein sprich O ihr Menschen ich bin für euch alle ein Gesandter Allahs dessen das Königreich der Himmel und der Erde ist es ist kein Gott außer ihm er macht lebendig und lässt sterben darum glaubt an Allah und an seinen Gesandten den Propheten der des Lesens und Schreibens unkundig ist der an Allah und an seine Worte glaubt und folgt ihm auf das ihr rechtgeleitet werden möget und unter dem Volk Moses gibt es eine Gemeinde die in Wahrheit den Weg weist und dem gemäß Gerechtigkeit übt und wir teilten sie in zwölf Stämme zu Gemeinschaften auf und wir offenbarten Moses als sein Volk von ihm etwas zu trinken forderte schlage mit deinem Stock an den Felsen da entsprangen ihm zwölf Quellen so kannte jeder Stamm seinen Trinkplatz und wir ließen sie von Wolken überschatten und sandten ihnen Manna und Salwa herab es von den guten Dingen die wir euch beschert haben und nicht uns taten 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 unrecht sondern sich selbst haben sie unrecht zugefügt und gedenkt der Zeit als zu ihnen gesagt wurde wohnt in dieser Stadt und nehmt von ihr eure Speise wo immer ihr wollt und sprecht Vergebung und geht durch das Tor ein in dem ihr euch niederwerft dann werden wir euch eure Sünden vergeben wahrlich wir werden jene die Gutes tun noch mehr an Gnade erweisen da vertauschten die Ungerechten unter ihnen den Ausspruch mit einem anderen als dem der zu ihnen gesprochen worden war darum sandten wir wegen ihres frevelhaften Tuns ein Strafgericht vom Himmel über sie hernieder und frage sie nach der Stadt die am Meer lag und danach wie sie den Sabbat entweiten wie ihre Fische scharenweise an ihrem Sabbat Tage zu ihnen kamen doch an dem Tage da sie den Sabbat nicht feierten da kamen sie nicht zu ihnen so prüften wir sie weil sie zu freveln pflegten und als eine Gemeinschaft unter ihnen sagte warum ermahnt ihr Leute die Allah vernichten oder mit einer strengen Strafe bestrafen will da sagten sie die Ermahner um uns von der Schuld freizusprechen vor eurem Herrn und damit sie gottesfürchtig werden mögen und als sie das vergaßen wozu sie ermahnt worden waren da retteten wir jene die das böse verhindert hatten und erfassten die ungerechten mit peinlicher Strafe weil sie gefrevelt hatten und als sie trotzig bei dem verharrten was ihnen verboten worden war da sprachen wir zu ihnen werdet denn verächtliche Affen und gedenke der Zeit da dein Herr verkündete er wolle gewiss gegen sie bis zum Tage der Auferstehung solche entsenden die sie mit grimmiger Pein bedrängen würden wahrlich dein Herr ist schnell im Strafen und wahrlich er ist allvergebend barmherzig und wir haben sie auf Erden in Gemeinschaften zerteilt unter ihnen sind Rechtschaffene und unter ihnen gibt es welche die nicht so sind und wir prüften sie durch Gutes und durch Böses auf das sie sich bekehren mögen es folgten ihnen dann Nachkommen die die Schrift erbten sie greifen aber nach den armseligen Gütern dieser niedrigen Welt und sagen es wird uns verziehen werden doch wenn abermals derartige Güter zu ihnen kämen griffen sie wiederum danach wurde denn der Bund der Schrift nicht mit ihnen geschlossen damit sie von Allah nichts als die Wahrheit aussagen sollten und sie haben gelesen was darin steht und die Wohnstätte im Jenseits ist besser für die Gottes fürchtigen wollt ihr es denn nicht begreifen und diejenigen die an der Schrift festhalten und das Gebet verrichten wir lassen den Rechtschaffenen den Lohn nicht verloren gehen und da wir den Berg über ihnen schüttelten als wäre er ein Schattenspender und sie dachten er würde auf sie stürzen da sprachen wir haltet fest was wir euch gegeben haben und denkt daran was darin steht auf das ihr gottesfürchtig werden möget und als dein herr aus den kindern adams aus ihren ländern ihren nachkommenschaft hervorbrachte und sie zu zeugen gegen sich selbst machte indem er sprach bin ich nicht euer herr sagten sie doch wir bezeugen es das ist so damit ihr nicht am tage der auferstehung sprecht siehe wir wussten nichts davon oder damit ihr nicht sprecht es waren bloß unsere väter die vor dem götzendiener waren wir aber waren ein geschlecht nach ihnen willst du uns denn vernichten um dessen willen was die verlogenen taten und so machen wir die zeichen klar auf dass sie sich bekehren mögen und erzähle ihnen die geschichte dessen dem wir unsere zeichen gaben der aber an ihnen vorbeiglitt so folgte satan ihm nach und er wurde einer der Irrgegangenen und hätten wir es gewollt hätten wir ihn dadurch erhöhen können doch er neigte der Erde zu und folgte seiner eigenen Neigung er gleicht daher einem Hunde treibst du ihn fort so hängt er seine Zunge heraus lässt du aber von ihm ab so hängt er auch seine Zunge heraus gerade so ergeht es Leuten die unsere Zeichen leugnen darum erzähle ihnen die Geschichten Schlimm ist das Beispiel der Leute die unsere Zeichen leugnen und gegen sich selbst gesündigt haben derjenige den Allah recht leitet ist auf dem rechten Weg diejenigen aber die er irre führt sind wahrlich jene die verloren haben und wir haben wahrlich viele Dschinn und Menschen erschaffen deren Ende Jahannam die Hölle sein wird sie haben Herzen mit denen sie nicht begreifen und sie haben Augen mit denen sie nicht sehen und sie haben Ohren mit denen sie nicht hören sie sind wie das Vieh nein sie irren noch eher vom Weg ab sie sind wahrlich unbedacht und Allahs sind die schönsten Namen so ruft ihn mit ihnen an und haltet euch von denen fern die hinsichtlich seiner Namen eine abwegige Haltung einnehmen ihnen wird das vergolden werden was sie getan haben und unter denen die wir erschufen gibt es eine Gemeinschaft die mit der Wahrheit leitet und dem gemäß Gerechtigkeit übt die 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 leugnen leugnen werden werden wir schritt für schritt erniedrigen ohne dass sie begreifen wie dies geschah und ich werde ihnen Aufschub gewähren denn wahrlich meine Pläne sind stark angelegt haben sie denn nicht darüber nachgedacht dass ihr gefährde nicht besessen ist er ist nichts anderes als ein deutlicher warner haben sie denn nicht das reich der himmel und der Erde betrachtet und alle Dinge hat und haben sie nicht bedacht dass sich ihre Lebensfrist vielleicht schon dem Ende nähert woran sonst wollen sie wohl nach dieser Verkündigung glauben für den den Allah irre führt kann es keinen geben der ihn recht leitet und er lässt sie in ihrer widerspenstigkeit blindlings umher irren sie befragen dich nach der Stunde wann sie wohl eintreten werde sprich das Wissen darum ist bei meinem Herrn keiner als er kann sie die Stunde zu ihrer Zeit bekannt geben schwer lastet sie in den Himmeln und auf der Erde sie soll über euch nur plötzlich hereinbrechen sie befragen dich als ob du von ihr genaue Kenntnis besäß besäßest sprich das Wissen darum ist bei meinem Herrn doch die meisten Menschen wissen es nicht sprich ich habe nicht die Macht mir selbst zu nützen oder zu schaden es sei denn Allah will es und hätte ich Kenntnis von dem Verborgenen wahrlich ich hätte mir die Fülle des Guten zu sichern vermocht und Übles hätte mich nicht berührt ich bin ja nur ein Warner und Bringer froher Botschaft für die Leute die gläubig sind er ist es der euch aus einem einzigen Menschen erschuf und aus ihm machte er seine Gattin damit er bei ihr Ruhe als er ihr dann beigewohnt hatte war sie mit einer leichten Last schwanger und ging mit ihr umher und wenn sie schwer wird dann beten beide zu Allah ihrem Herrn wenn du uns ein gutes Kind gibst so werden wir wahrlich unter den Dankbaren sein doch wenn er ihnen dann ein gutes Kind gibt so schreiben sie seine ihnen gewährte Gabe Göttern zu aber Allah ist über alles erhaben was sie ihm zur Seite stellen wollen sie denn jene Teilhabe anbeten die nichts erschaffen können und selbst nur erschaffen sind und sie vermögen ihnen keine Hilfe lehren noch können sie sich selber helfen und wenn ihr sie zum rechten Weg ruft dann folgen sie euch nicht es ist ganz gleich für euch ob ihr sie ruft oder ob ihr schweigt jene die ihr statt Allahs anruft sind selbst erschaffene Wesen wie ihr ruft sie denn an und lasst sie euch Antwort geben wenn ihr wahrhaftig seid haben sie etwa Füße um zu gehen haben sie Hände um zu greifen oder haben sie Augen um zu sehen oder haben sie Ohren um zu hören sprich ruft eure Götter an dann schmiedet Listen gegen mich und lasst mich nicht lange warten wahrlich mein Beschützer ist Allah der das Buch herabgesandt hat und er beschützt die Rechtschaffenden die aber die ihr statt seiner anruft vermögen euch nicht zu helfen noch können sie sich selber helfen und wenn ihr sie zum rechten Weg ruft so hören sie euch nicht und du siehst sie nach dir schauen doch sie sehen nicht übe übe nach 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 und wenn du zu einer bösen tat vom satan aufgestachelt worden bist dann nimm deine zuflucht zu Allah wahrlich er ist allhörend allwissend wahrlich diejenigen die dann gottesfürchtig sind wenn eine an wandlung satans sie überkommt und sich dann ermahnen lassen sie gleich sehen sie ihren klaren Weg wieder aber ihre heidnischen Brüder treiben sie dazu im Irrtum fortzufahren und dann lassen sie darin nicht nach wenn du ihnen kein Zeichen bringst sagen sie warum erfindest du es nicht sprich ich folge nur dem was mir von meinem Herrn offenbart wurde dies sind sichtbare Beweise von eurem Herrn und eine Führung und Barmherzigkeit für gläubige Leute und wenn der Koran verlesen wird so hört zu und schweigt in Aufmerksamkeit auf das ihr Erbarmen finden möget und gedenke deines Herrn in deinem Herzen in Demut und Furcht und mit Worten jedoch nicht zu laut des Morgens und des Abends und sei nicht einer der Unachtsamen Wahrlich diejenigen die bei deinem Herrn sind sind nicht zu hochmütig dazu ihm zu dienen sie lob preisen ihn und werfen sich vor ihm nieder zu